Luigi Emanuele Niccolo Lambrosini CRSP war ein italienischer Kardinal und Staatssekretär Papst Gregorius XVI. Leben. Lambrosini trat in den Barnabietenorden ein und wurde am 1. Januar 1799 zum Ordenspriester geweiht. Wurde so dann Sekretär des Kardinals Ecole Consolvi, der ihn zum Wiener Kongress mitnahm und beim Abschluss mehrerer Konkordate einsetzte. Am 27. September 1819 wurde er von Papst Pius VII. zum Erzbischof von Genua ernannt. Am 14. Oktober 1826 wurde er zusätzlich Apostolischer Nunzius in Frankreich, wo er Karl X. zu einer reaktionären Politik, auch zum Erlass der Julio Donanzenried. Am 26. Juni 1830 legte er beide Ämter nieder und erhielt das Titular Erzbestum Beritus. Gregor XVI. Erhob ihn am 30. September 1831 zum Kardinalpriester von San Calisto und ernannte ihn 1836 zum Staatssekretär des Auswärtigen und zum Minister des öffentlichen Unterrichts. Später übernahm er das Sekretariat der päpstlichen Breven. Wurde Bibliothekar im Vatikan, Großprior des Ordens von St. Johann von Jerusalem und Großkanzler des Ordens St. Gregorius. Mit Fanatismus vertrat er den starsten Absolutismus und verfolgte jede Neuerung. Die freien Regungen in der Kirche bekämpfte er ebenfalls und verfasste die Staatsschriften im kölnischen Bischofsstreit mit Preußen. Er war deshalb auch sehr verhasst, namentlich im Kirchenstaat. Und seiner Herrschsucht wegen wählten ihn die Kardinäle auch nicht beim Konklave nach Gregorius XVI, Tod 1846. Mit Pius IX. Thronbesteigung war daher seine politische Rolle ausgespielt. Der neue Papst ernannte ihn zum Mitglied der neu errichteten Consulted State Group zum Sekretär der päpstlichen Breven und Oberbibliothekar im Vatikan. Er war Präfekt der Kongregationen für Ordensdisziplin 1833 bis 1834. Für das katholische Bildungswesen 1834 und der Ritenkongregation von 1847 bis 1854. Im Jahr 1842 wurde Lambrosini Kardinalbischof von Sabina. 1847 von Potto und Santa Rufina sowie Civita Vecchia, Subdekan des Heiligen Kollegiums und Großkanzler aller Orden des Heiligen Stuhls. Beim Ausbruch der Unruhen 1848 vom Volk bedroht, ging er auf kurze Zeit nach Civita Vecchia. Nach der Ermordung Rossis 1848 flüchtete er nach Monte Cassino, später nach Neapel und zuletzt zu Pius IX. nach Gaeta. Im April 1850 kehrte er mit dem Papst nach Rom zurück, wo er als dessen Hauskardinal am 12. Mai 1854 starb. Er schrieb unter anderem, Opere Spirituali und Sul Immaculato Concepimento di Maria. Kardinal Lambrosini war Ehren- und Devotionsgroßkreuz bei jedes souveränen Malteser Ordens und von 1839 bis 1856 Großprior des Großpriorates von Rom des Malteser Ordens. Kardinal Lambrosini war Ehren- und Rad priorisierte Malteser Ordens. Kl Kardinal Lambrosini war Ehren- und Armfuhr. Kardinal Lambrosini war Ehren- und SSD-X- strengthmorrische Kardinal Lambrosini war Ehren- und Ungu возьme als爷 할머니. Kardinal Lambrosini ist converged für Malteser Ordens. Kardinal Lambrosini war Ehren- und Ergen- und Ärens, über Хотя kryper die Möglichkeit sind confian z queueuleserweiseAS. Kardinal Lambrosini für ihre Konten chamort.